Hey Meg, hast du dir den Wetterbericht schon angesehen? Wetterbericht meldet Schneefall. Perfektes Thema, um für mich noch einmal darauf zurückzukommen und euch unsere Goggles vorzustellen. Ich starte einmal rein, weil wir haben ja drei neue Modelle von der Einstiegspreisklasse bis zur Toppreisklasse. Und ich stelle euch die heute noch einmal ganz kurz vor, sage euch was die Besonderheit dran ist. Ihr könnt dann einfach ganz entspannt bei uns im Shop nachschauen und einmal durchsneaken und einmal schauen, was euch so gefällt. Und im besten Fall ist auch schon was dabei für euch, dann freut es mich natürlich. Wir starten mit der Layback im Einsteigerbereich. Da haben wir aber auch sehr hochqualitativ für diese Preisklasse gearbeitet. Dual-Land-System, dreifach Schaumstoff in dem Bereich, oben mit Lüftungsschlitz. Dann einmal 1, 2, 3 Silikonstreifen, um wirklich auch den Sitz am Helm perfekt zu machen. Und da nicht eingesparten mit 1 oder 2, sondern wirklich hochqualitativ 3 Streifen für den perfekten Sitz. Was haben wir noch? UV400 ist Standard bei uns bei den Skibrillen, um wirklich auch die perfekte Sicht, aber auch den perfekten Schutz zu schenken, beziehungsweise zu garantieren. Das ist ganz wichtig. Da macht man keinen Unterschied, ob wirklich günstig oder in der Toppreisklasse. An den Gläsern wird da absolut nicht gespart. Es kommt dann einfach nur davon, ob ich eine Wechselscheibe dabei habe oder eben nicht. Dann kommen wir zum zweiten Modell. Dirty Harry. Der Namensgeber ist einer meiner Vertreter. Der hat sich letztes Jahr verdient, der Brille einen Namen zu geben. Und wie soll es anders sein? Er heißt Harry. Harry, danke nochmal für deinen Einsatz. Wie gesagt, da haben wir wirklich coole Farben. Ganz unik. Auch vom Bundle etwas anderes gemacht. Einfach aufzufallen. Hip zu sein. Am Zahn der Zeit sozusagen. Auch hier wieder 1, 2, 3 Silikonstreifen. Auch wieder den Schaumstoff oben. 1x, 2x, 3x. Lüftungsschlitze oben. Aber die Besonderheit da. Wechselscheibe magnetisch. Mit einem ganz starken Magnetsystem. Um da wirklich auch den Sitz bei rasanten Pforten zu garantieren. Da haben wir dann immer eine orange Wechselscheibe inkludiert. Die orange Wechselscheibe kommt dann immer im Hardcase so verbockt. Zur Information. Die orange Wechselscheibe hat einen VLT Wert von 52. Also wirklich für das schlechte Wetter gedacht. Und ganz einfach zum Wechseln. Einmal so drauf. Easy. Aber ist nicht gerade verrutscht. Also zack, zack. Ist erledigt. Passt, sitzt und hat Platz. Zweites Modell. Dirty Harry. Sehr, sehr coole Geschichte. Und dann kommen wir zu unserem dritten Modell. Und da bin ich wirklich stolz darauf, dass wir die haben. Die Backflip in Photochromic Lenses. Das ist ganz neu bei uns. Haben wir letztes Jahr nicht gehabt. Photochromic Lenses. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt weiß. Die Scheibe dunkelt ab oder wird heller. Je nach UV-Einstrahlung. Wir haben es nochmal mit einem coolen Spiegel verbockt. Das Ganze, dass sie nicht ganz klar ist und sehr einfach wirkt. Haben wir uns mit einem violetten Spiegel abgeholfen. Das Band sehr klassisch gehalten. Qualitätsmäßig wieder dasselbe wie bei den anderen. Aber auch mit einem Magnetwechselsystem. Und da auch wieder eine orange Scheibe dabei. Auch VLT Wert 52%. Das zeige ich euch nochmal. Auch ganz einfach zum Wechseln. Zack. Passt, sitzt, hat Platz. Und wie gesagt, Photochromic Lenses mit Wechselscheiben. Auch was, was sehr unüblich ist. Oder nicht viele machen, um wirklich auch das Add-on zu haben. Falls es wirklich einmal richtig sauber hat. Und man hätte gerne ein kontraststeigerndes, oranges Glas. Dann kann man da auch nochmal sehr, sehr schnell und einfach wechseln. Was es noch dazu gibt. Als Add-on, Zusatzartikel wie auch immer. Ich nenne es Verhütterli. Man kann es aber auch Pullover nennen. Ist einfach ein Schutz aus Mikrofasertuch für die Goggle. Das tut man dann über die Scheibe drüber. Das Glas wird nicht zerkratzt dadurch. Es hält länger. Man hat länger Freude mit dem ganzen Produkt. Gerade wenn man einmal zum Abraschi geht. Oder vielleicht bei der An- und Abreise. Wie auch immer. drüber da. Sicher sein. Und den Skitag genießen. In diesem Sinne. Genießt das Wetter. Habt viel Spaß wenn der Schnee kommt. Schaut bei uns im Shop vorbei. Und ich freue mich. Danke. Ciao.